Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas, mir schaut Voodoo.de.vr. Ja, in einem Quartalsbericht hat der liebe Mark Zuckerberg angekündigt, dass an einer Quest 3 gearbeitet wird. Und das ist natürlich schon mal erstmal eine feine Sache, aber in diesem Video möchte ich euch mal erzählen, was ich denn persönlich an der Oculus Quest 3 oder von der Oculus Quest 3 erwarte. Zehn Dinge werde ich euch dann nennen und ich bin mal gespannt, ob ihr das genauso seht oder ob ihr vielleicht noch andere Vorschläge habt, was man bei der Quest 3 noch alles integrieren oder einbringen könnte beziehungsweise wie man die Oculus Quest 2 noch verbessern kann. Bei mir geht es alles um Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren. Und Voodgoos VR, Oppermann Events, Peter Wasmer, Andi de Felser VR, Ambassador, Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Ja Leute, da sind wir und wie gesagt in einem Artikel von Road2VR, die haben schön diesen Quartalsbericht da mal gezeigt und der Mark Zuckerberg hat halt gesagt, ja er ist der Meinung, dass die Quest 2 durchaus die Chance hat, in den Mainstream zu gehen und er hat ja damals gesagt, er erwartet, wenn 10 Millionen Headsets verkauft wurden, dass das dann schon Richtung Mainstream ist. Und das würde ja fast bedeuten, dass von der Oculus Quest 2 schon fast so viele verkauft wurden. Tja, offizielle Verkaufszahlen gibt es nicht, keine Ahnung. Im gleichen Zug hat er aber dann auch erzählt, dass bereits die Oculus Quest 3 in der Entwicklung ist und dass die Spiele davon sollen auch wohl irgendwie abwärtskompatibel sein zu der Quest 2. Da bin ich mal sehr gespannt. Also die Hardware soll abwärtskompatibel sein. Und jetzt schauen wir mal, was erwarten wir denn oder was erwarte ich denn jetzt von der Oculus Quest 3? Also erst mal, als erstes würde ich sagen, wir haben ja bei der Quest 2 zwar ein halbwegs gutes Display, wir sehen aber den Screen Door Effekt immer noch. Und da würde ich mir wünschen, dass die Auflösung noch ein bisschen höher wird. Ja, dass man den Screen Door Effekt dann wirklich, also wirklich nur noch ganz hart erahnen kann. Oder vielleicht sogar ganz weg ist. Das Problem ist, wenn er ganz weg ist, würde das bedeuten, die Auflösung ist so hoch, dass eine Standalone Brille das vielleicht gar nicht mehr leisten kann. Dann müsste vielleicht noch sowas wie Eye Tracking und Dynamic Foviated Rendering rein, sodass nur der Bereich, wo man hinschaut, scharf ist. Das weiß ich aber natürlich nicht, ob das alles möglich ist. Das heißt ja natürlich auch wieder, dass das größer werden muss, aber das wollen wir ja vermeiden. Auf jeden Fall, da würde ich mir wünschen, dass die Auflösung noch ein bisschen höher wird. Punkt 2, das finde ich sehr wichtig, die Abwärtskompatibilität zu alten Spielen zum Beispiel. Ja, das so, dass ich zum Beispiel mit der Oculus Quest 3 dann auch Spiele von der Quest 1 auch noch zocken kann. Das finde ich sehr wichtig. Ich denke mal, das wird gegeben sein. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass neue Spiele, die für die Oculus Quest 3 erscheinen, aber auch abwärtskompatibel sind, dass man die immer noch mit der Quest 1 zocken kann. Es wäre nämlich sonst unfair, die Leute dann quasi zu zwingen. Man könnte ja in den Spielen so verschiedene Modi einbauen. Für die Quest 3 dann die beste Grafik, für die Quest 1 dann abgespeckte Grafik. Das wäre mir wichtig, also Kompatibilität. Ja, Punkt 3 wäre bei mir der Komfort. Das Standard-Headstrap von der Quest 2, ich weiß echt nicht mehr, wo das ist. Das hier ist auf jeden Fall nicht das Standard. Das war so ein labbriges Ding, ja. Und das gefällt mir nicht. Da müsste schon direkt was Besseres drin sein, damit das halt einfach komfortabler ist. Ich mag diese labbrigen Dinger leider überhaupt nicht. Und das Standard-Headstrap, was dabei ist, sollte definitiv komfortabler sein in meinen Augen. So, Punkt 4. Die Oculus Quest 3 wird sicherlich auch wieder Oculus Link haben. Da würde ich mir wünschen, dass das noch weiter verbessert wird. Wir haben immer noch so ganz leichte Artefaktbildung manchmal. Manchmal hat man das Gefühl, dass vor allem bei dunklen Szenen das irgendwie so ein bisschen vermatscht ist. Das geschieht ja durch diese ganze Kompression von der Grafik. Und das würde ich mir noch weiter verbessert wünschen. Dann die Halterung. Also man hat ja das Link-Kabel irgendwie so langgelegt. Da würde ich mir wünschen, dass bei der Quest 3 dann wirklich so eine schöne Halterung ist, damit das hier hinten dann weggeht. Das wäre auch ganz wichtig. Und die Software für Oculus Link soll verbessert werden. Es ist immer noch so, dass manchmal das einfach abbricht und dann sagt, Oculus Link wurde getrennt oder so. Das muss noch stabiler werden und noch weiter verbessert werden. Das zum Thema Oculus Link. So und die Sachen, die ich gerade gesagt habe, zum Beispiel das Headstrap und das Link-Kabel, da wäre jetzt Punkt 5, dass das Komplettpaket, was man kaufen kann, dass da alles direkt mit drin ist. Ja, dass man sagt so, ich zahle jetzt so und so viel Euro und da ist aber auch schon ein wunderschönes Deluxe Audio Strap drin und auch ein vernünftig langes Oculus Link-Kabel. Ich will nicht extra noch Sachen kaufen müssen, um die Brille dann hinterher perfekt zu machen. Das wäre mir wichtig, dass das alles dann mit in dem Preis mit drin wäre. So, dann der sechste Punkt. Definitiv Gewichtsreduzierung und Größenreduzierung. Die Oculus Quest 2, ich meine, das ist eine Standalone-Brille. Hier sind viele Sachen drin und die werden da auch drin bleiben müssen. Aber trotzdem kann man sicherlich noch einiges verbessern und das Gewicht weiter reduzieren und vielleicht auch die Größe. Dass das alles noch ein bisschen zusammengeschränkt wird, dass das nicht mehr so klobig ist, noch kleiner irgendwie. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass Oculus da irgendwie was tut, damit das Ganze, ja, durchaus noch leichter und kleiner wird. Punkt 7, da würde ich mir für die Controller wünschen. Ich meine, die Controller, die Quest-Controller waren schon immer gut. Das muss man schon sagen, die sind wirklich geil. Hier würde ich mir trotzdem noch wünschen, dass man vielleicht, wie bei der Valve Index so Finger-Tracking hat. Damit man wirklich die einzelnen Finger so bewegen kann. Das ist ja schon ein bisschen integriert, aber so wie bei den Index-Controllern würde ich mir das vielleicht wünschen. Das kann man machen, da kann man Sensoren einbauen und das wäre eine tolle Sache, wenn das auch noch zusätzlich integriert würde in die Oculus-Touch-Controller. Und das wäre dann Punkt 7. Punkt 8, mein Favorit an alle, die mich kennen, ihr wisst's, Sichtfeld. Das Sichtfeld, da würde ich mir wünschen, dass vielleicht irgendwann mal andere Linsen eingebaut sind. Das sind immer die gleichen Linsen. Ich habe das Gefühl, die sind schon seit der Oculus DK1 so irgendwie, oder? Ich gucke mal gerade, ich gucke mal gerade. Nee, nicht ganz. Aber wirklich, also ich muss sagen, dass da mal langsam was gemacht werden muss. Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht so wie bei der Valve Index ist. Dass wir wirklich ein bisschen größere Linsen haben, dass die Augen vielleicht noch ein bisschen näher dran sind. Dass wir auch zwei verschiedene Einsätze haben, für Brillenträger auch natürlich. Und einfach ein bisschen größeres Sichtfeld. Das muss jetzt nicht Pimax sein, aber zumindest Valve Index. Das würde ich mir endlich mal wünschen. Punkt 9, eine Sache, die tatsächlich auch sehr wichtig ist, die Verfügbarkeit und der Preis. Es ist immer noch so, die Quest 2 ist ja schon wirklich jetzt lange draußen. Und es ist immer noch problematisch mit der Verfügbarkeit. Also ich rede jetzt nicht von Deutschland, da kommen wir später zu. Aber auch allgemein ist es nicht so einfach, die Quest 2 zu bekommen. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass da irgendwie mal drauf geachtet wird, dass die Produktionsketten in Schwung kommen. Dass man wirklich immer zu jeder Zeit, auch innerhalb von zwei Tagen mal so eine Quest haben kann. Oder allgemein VR-Brillen. Dann Thema Preis. Ich meine, der Preis von der Quest 2 ist schon wirklich der Knaller. 299 Dollar, 350 Euro, das ist schon gut. Da ist schon ein geiles Paket. Aber wie gesagt, da würde ich, ich glaube nicht, dass sie den Preis noch viel weiter drücken. Vielleicht noch ein Fuffi, dass wir sagen 250 Dollar oder 300 Euro. Aber da würde ich mir dann wirklich, wie gesagt, wünschen, dass dann alles da mit drin ist. Linkkabel und ein vernünftiges Headstrap. Das wäre wichtig. Man könnte in das Headstrap dann natürlich noch ein bisschen den Sound verbessern. Aber für mich persönlich reicht das eigentlich aus, so wie es ist. So. Jetzt kommt natürlich Punkt 10. Und der ist natürlich vor allem für uns in Deutschland wichtig. Weil deswegen gibt es ja diesen ganzen Zauber, sodass das hier nicht verfügbar ist. Und zwar der Facebook-Zwang. Ich würde mir wirklich wünschen, als letzten Punkt, dass Facebook von diesem Blödsinn runterkommt. Ich sage ja gar nichts dagegen, dass es die Möglichkeit gibt, seine Facebook-Freunde zu adden. Ich kenne hier sogar viele Leute, die haben die Quest 2, die finden das ganz cool. Die können dann ihre ganzen Freunde da adden. Das hat ja auch ein paar coole Funktionalitäten. Aber doch bitte keinen Zwang. Bitte nicht. Warum? Das ist... Warum sollte ich zu Social-VR gezwungen werden? Vielleicht will ich einfach nur Singleplayer-Sachen zocken. So sieht es nämlich aus. Ne, mal ernsthaft. Der Facebook-Zwang sollte einfach weg. Das sollte einfach optional sein. Ganz normal ein Account, ein Oculus-Account, eine E-Mail und ein Kennwort. Und dann ist es gut. Ja? Das würde ich mir wünschen. Ich befürchte nur, das wird nicht passieren. Die sind da nämlich echt stur. Aber was auch immer. So. Jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich denn noch die Quest 2 zu kaufen? Klar. Das ist noch ganz früh in der Entwicklung. Und das wird auch noch dauern, bis die Quest 3 rauskommt. Das wird noch dauern. Und bis dahin empfehle ich dieses Ding auf jeden Fall immer noch. Das ist geil. Leider in Deutschland nicht so einfach zu bekommen. Ihr müsst das über das Ausland bestellen. Und deswegen habe ich mal wieder für euch die Links unter das Video gepostet von Amazon, Frankreich, Spanien, Italien und UK. Da könnt ihr das ganz normal bestellen. Bei UK bin ich mir nicht 100% sicher, wie das jetzt ist mit dem Brexit und dem Zoll und so. Also versucht es eher dann vorwiegend über Länder, die noch in der EU sind. Die Links sind unter dem Video. Würde ich mich freuen, wenn ihr die benutzt. Da zahlt ihr nichts extra und könnt mich noch ein bisschen unterstützen. Und dann habt ihr auch die volle Garantie und alles. Ihr könnt das auf Deutsch benutzen. Das ist überall kein Problem. Ihr könnt das mit Kreditkarte oder Bankverbindung zahlen da. und einfach mit eurem ganz normalen Amazon-Account da einloggen. Ja, wie seht ihr denn die 10 Punkte jetzt? Seht ihr das auch so? Oder was würdet ihr denn noch gerne sehen bei der Oculus Quest 3? Das würde mich interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr das auch so seht wie ich oder ob euch noch irgendwas in der Liste fehlt. Das würde mich freuen. Ansonsten gerne Daumen nach oben. Und falls ihr Bock habt, mich zu supporten, hinter den Kulissen-Videos und eine Spezialrolle auf meinem Discord gibt es ab einem Euro im Monat. So sieht es aus. Unter dem Video findet ihr den Link zu Patreon. Und hier könnt ihr dann auch auf Mitglied klicken für die YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Outro 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 Outro